Ex-Cop Jack Dillon begibt sich auf die Straßen von Los Angeles, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Doch jetzt treibt sich ein Mörder herum, der sein nächstes Opfer sucht. Ich habe schreckliche Angst. Werden Sie mich beschützen? Die Bestie begibt sich in tödlichste Nähe und zettelt ein Massaker. Doch die Kampfmaschine Jack Dillon lehrt der Unterwelt das Fürsten. Sag mir, wer dieser Kerl war. Oder du brauchst am Morgen eine Prothese. Es war doch immer unsere Regel, sich niemals auf Gefühle einzulassen. Manchmal muss man die Regeln richten. Ich will sie tun sehen. Sie wollen sein Tod, doch sie wissen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Matthias Hues, Richard Beamer, Deidre Immerschein und Don the Dragon Wilson in der Action-Sensation des Jahres. Black Belt Black Belt Untertitelung des ZDF, 2020